Willkommen zurück zu Craft the World. Ja Freunde und wir dann sind doch gerade jetzt da dabei, dass wir da jetzt noch links rübergraben. Also nach Westen eigentlich, nicht? Und einmal schauen, was da drüben los ist. Oh, schaut sich die Schätze an, was wir da haben. Wow! Aber leider da war so ein schlimmer Kollege da. Oh, da hätten wir sogar einen Ofen gehabt. Aber den haben wir da auch. Na ja, müssen wir schauen, wie wir das am besten erledigen. Jetzt möchte ich einmal da rübergraben. Was machst du eigentlich da jetzt? Muss ich das verstehen? Habe ich das gesagt, dass du das da machen sollst? Aha, so magst du das. Na gut. Ist mir auch recht. Ich kann es eine denn da. So, dann werden wir das da mitnehmen. Ich hoffe, dass wir noch irgendwo Eisen finden. So, schauen wir mal kurz in die Forschung. In die Forschung. Forschung, Forschung, Forschung. Da schauen wir mal geschwind rein. Wir haben jetzt da das, das, das. Das heißt, wir brauchen da eigentlich nur mehr... Was brauche ich denn eigentlich für einen Toten? Glas. Zweimal Holz und einmal Eisen. Wie viel Eisen haben wir? Okay, machen wir mal Glas. Glas. Glas ist zweimal Kohle. Also Kohle haben wir ja genug. Zumindest sollte man das haben. Und Sand. So, stellen wir mal Glas hier. So, dann haben wir mal 20 Glas. Okay, das lassen wir mal herstellen. Das lassen wir mal herstellen. Das brauchen wir auch. Die Kristalle. So. Dann lassen wir das einmal herstellen. Holz. Holz. Wir werden noch jede Menge Holz brauchen. Bitte hier Holz machen. Freunde. Holz ist sicher nicht unwichtig. Fischen darf auch wieder einer gehen. Das können wir sicher brauchen. Also, wir wollten ja... Achso. Äh, wir wollten ja... Nee, oder? Jetzt... Hoppla. Jetzt macht sich der Baum wichtig. Ach Gott, macht sich den Baum kaputt. Den auch. Was? Wo? Echt? Achso. Oh! Der sollte da aber schlafen gehen, oder Freund? Wille Zwerg? Gehe schlafen. Ich hoffe, der tut das an. Geht schlafen. Okay, da steht's einmal. Schwimmlehrbuch. Na, tolle Wurst. So, ich hoffe, dass der wirklich schlafen geht. Ähm, wir haben ja... Äh... Warte einmal. Ne, falsch. Äh, so. Lager. Wir haben ja... Genau, da haben wir. Da haben wir. Das ist... Genau. Dass wir da jetzt wieder anpflanzen können. Ja, aus dem ganzen... Bitte Getreide, bitte machen wir das. Haben wir ja 34. Das heißt, wir können da jetzt da wunderbar... Nicht möglich. Na toll. Warum? Ah, wenn wir da schon was haben, verstehe. Okay. Da werden wir da jetzt komplett alles abpflanzen, was geht. Ja, jetzt kommt da... Kann man da wieder zwei so wappeln? Okay, jetzt nimmer. Ja, da kommst du ja nicht rauf. So, und wir werden das wieder beschleunigen. Dass das schneller geht. Dann werden wir das... Okay, bitte... Gießen. So, wunderbar. Das schaut sehr gut aus. Das schaut schon sehr gut aus. So, so. Machen wir das. Genau. So hab ich mir das vorgestellt. Dann kann das da in aller Ruhe wachsen. Und wir haben dann wieder viel, viel Brötchen. Und mit den Brötchen werden wir da schauen, dass wir... Äh, das rinnt da jetzt runter. Ne, ist aber jetzt nicht der Ernst, oder? Echt jetzt? Äh, Sammelwasser. Genau. Sammelwasser. Okay, das sammelt kein Wasser da mehr, weil da gibt's kein Wasser mehr. Das rinnt da echt runter. Ich krieg die Krise. Jetzt sind wir ein bisschen umsonst da. Ne, es wurscht halt, ist weg da. Das bringt uns ja nix, ne? Und dann wir das gleich noch mal gießen da. Zack, 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 dass da was wachsen wird. Anständig. Achso, da brauchen wir nix gießen. Gut, gut. Ist ja wunderbar. So. Wie schauen wir da jetzt aus? Aha, da haben wir, da hab ich schon einiges. Da haben wir jetzt jede Menge Kohle. Die Kohle nehmen wir mit, bitte. So. Dann werden wir die Kohle da mitnehmen. Das schaut schon gut aus. Ah, da können wir sie wieder runterkramen, Schatz. Das werden wir nämlich machen. So, ich hoffe, dass da jetzt bald was weitergeht da mit denen. Gut, Totem. Da haben wir jetzt alles. Sehr gut. Dann brauchen wir da einmal Eisen. Dann Holz. Und Glas. Glas haben wir auch. So, machen wir mal zwei. Ja, Dächbaum. Jetzt schauen wir es sich an. Ah, wunderbar. So, jetzt endlich einmal da dann das. Mit der Silberbahn können wir jetzt machen. Die Silberbahn können wir jetzt machen. Und was können wir da oben machen? Oh, da haben wir es ja weit zurück. Okay, da sind wir bei 71 Prozent. Wie viele Brötchen macht es eigentlich noch? 55 kann man noch. Ähm, jetzt schauen wir ein wenig an Essen gleich für die Freunde. Na, so. So, da werden wir da wieder was dazugeben. Damit sie nicht verhundern. So, da werden wir kurz einmal langsamer drehen. Ähm, wie viel mocks du eigentlich von den? Silberbahn, ja, das stellen wir gleich her. Ähm, ne. Was haben denn das auch? Das verstehst du nicht ganz. Irgendwie verstehst du nicht ganz. Kuckucksu. Hm. Nee, Kuckucksu machen wir keine. Nee, 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 Kuckucksu machen wir keine. Wisst du was, Freunde? Wir werden da jetzt das Silberbahn herstellen. Da brauchen wir Silber. Silber haben wir ja genug. Ja. Kohle haben wir auch genug. Und sagen wir jetzt einmal, äh, bitte. Ja, wie viel machen wir? Machen wir mal, hätte ich gesagt, äh, 30 Silberbahn. Nicht, dass wir eine komplette, oder machen wir 40. Genau. Machen wir 40 Silberbahn. Äh, damit wir, äh, na, sagt's mir's geschwind. Äh, damit wir gescheite Rüstung herstellen können. Ja, und dann werden wir, wenn wir die Rüstung haben jetzt da, die Silberrüstung. Dann gehen wir zur nächsten Attacke, nämlich. Äh, na, jetzt haben wir kein Holz mehr. Toll. Äh, da gehen wir zur nächsten Attacke rü- Oh, da sind schon wieder Freunde, Schatz. Und dann werden wir die einmal erledigen, da die Kollegen. So, Attacke, kommt's. Wir müssen weg. Wir brauchen Holz. Und dann? Und dann? Und dann? Und dann? Und dann? Und dann? Und dann zuerst. Alright, wir regen die Leute nachемся. Wieso rennt sie alle davon. Also... freundlich macht sie kaputt bitte so ist dann bitte alle nach hause und hoffen dass man da jetzt keinen verlieren hallo ich sitze nach hause nee wir haben einen zwerg verloren da habe ich scheinbar bessere Dinge gehabt scheiße wir haben einen zwerg verloren, Freunde ja weil der nicht nach hause gelaufen ist, Idiot ach Gott, ich glaube es jetzt nicht bitte jetzt geh nach hause jetzt mache ich ein paar Horten, ein paar Horten nee, jetzt sind wir tatsächlich am zwerg verloren jetzt lasst mal die zwerge in Ruhe jetzt lasst mal die zwerge in Ruhe schau schau, der bleibt auch heute stehen das ist doch unglaublich hm jetzt du weder, du ne geh weiter hallo wieso geht der nicht weiter Schau, das mit den Steiern, das ist so eine Geschichte. Das sage ich euch. Würdest du bitte durchs Portal gehen? Na Gott sei Dank. Jetzt würde ich drei mal ein Portal aufmachen müssen, nur, dass die... Wo habe ich jetzt wieder geklickt? Aha, nie, ganz gut hier passt. Ja, unser Haus schaut auch schon gewaltig aus, da mit dem Zeug da, das müssen wir auch wegmachen. So, jetzt schauen wir es uns einmal an. Okay, ich schlafen gehen. Der arbeitet, der arbeitet. Du gehst auch schlafen. Geh schlafen. Ja, es bringt uns ja nichts, Freunde. Wir müssen da schauen, dass die wieder fit werden, die Kollegen. Weil sonst da... Ja, geh schlafen. Macht nichts, dass ich schlafen gehen. Hallo? Warum geht der jetzt nicht schlafen? Was ist denn da los mit dem Spül jetzt da? Hm, der geht nicht schlafen. Da geht nicht schlafen. Na, ist das komisch? Hm. Du gehst schlafen. So, der hat zwei Herzen. Den möchte ich auch schlafen schicken. Macht er nicht. Warum nicht? Es sind doch genug Rücken da. Jetzt haben wir mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, siebne, acht, neine, zehn. Zehne. Okay, verstehe. Und zwar der Bett. Sehr schön. Bis so fällt mir ein Bett. Komfortbett. So, da brauchen wir zweimal Stoff. Zweimal Stoff, Stoff, Stoff. Wo ist der Stoff? Einmal Stoff. Zweimal Stoff und Holz. Oh, wir haben kaum Holz. Aber gut, für ein Bett wird es ja reichen, ne? So. Haben wir echt verzweigt mit unserem Bett. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, nein, zehn. Das sind nur zehn. Ja, das sind definitiv nur zehn. Und deswegen wahrscheinlich werden wir den nicht schlafen schicken können. Ja gut, Freunde, aber wie es weiter geht, sind wir dann in den nächsten Teil. Die Zeit ist leider Gottes wieder um. Der Manikus sagt wie immer, tschau tschau. Tschau.